Und damit willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead, Season 2. Im letzten Part mussten wir vor Carver fliehen, Carver und seiner Gruppe. Wir sind zu dem Ort gelangt, angelangt, wo Pete gestorben ist. Er wurde von irgendwem erschossen, also sind wir Richtung Norden gelaufen. Weil es da irgendwie so einen Punkt gibt, ich glaube, das ist Wellington oder so, wo sicher sein soll. So, dann waren wir bei so einem Felsen, da hat Clementine, also wir, wir haben ein bisschen gescoutet, sag ich mal. Wir haben Häuser entdeckt. Luke und ich haben versucht dann über die Brücke zu gehen und hatten auch einen kleinen Kampf. Dann kam ein bewaffneter Mann über die Brücke, der eigentlich ganz nett war. Aber Nick hat das alles irgendwie falsch interpretiert und hat direkt losgeschossen. Der Typ wurde also erschossen. Wir sind jetzt über diese Brücke gegangen und stehen jetzt vor dem Haus und diskutieren darüber, ob Nick Schuld hat oder wie auch immer. Und wir sind jetzt genau wieder bei der Szene, wo wir aufgehört haben. Also so in etwa. Und Film ab! Alles klar, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das beim Nick ein bisschen überzogen war. Der guckt doch immer so grimmig. Guck mal, wie er schon wieder guckt. Der ist mir auch nicht so ganz geheuer, der gute Kollege hier. Ja, doch so einen dicken Bauch. Ach so, das ist ja ihr Kind. Vielleicht hat er gelogen. Das wissen wir nicht, aber... Ja, ich denke auch. Aber soll ich das jetzt... Ach, ich? Ich? Ich als kleines Kind? Der fette Kerl setzt sich jetzt da auf seinen Po und... Naja, wird noch dicker oder was? Na, so dick ist er ja eigentlich gar nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Aber was soll das denn? Das ist doch keine Art. Schickt er uns einfach vor. Rebecca, bist du okay? Ich bin okay. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Das ist ein Typ. Alvin. Und zerpfut. Dann mach's doch selbst. Das ist deine Frau. Aber wir kümmern uns... Wir kümmern uns ja schon drum. Wir als Kind wieder. Wir machen ja hier eh alles. Nick, alles klar. Du hast einen Menschen erschossen. Ich hoffe nicht wegen dem Pete. Warum sagst du uns das jetzt? Ich mag aber Luke irgendwie übertrieben. Und der wäre der Plan. Ach so, das sind Kollegen von früher, oder was? Dann musst du anfangen zu let's playen. Guck dir den PewDiePie doch mal an. Der ist heute groß. Der erinnert mich einfach so krass an den PewDiePie. Das muss die Netze sein. Oh Mann, ich hoffe, da sind nicht noch mehr Leute. In dieser Waschstation. Aber ich bezweifle es. Hat die Uhr vergessen. Fuck, und wir hätten die damals klauen können. Ich hätte die klauen können damals. Aber ich dachte, klauen wir nicht. Wäre keine gute Idee. Und jetzt haben wir wieder falsch gemacht. Weißt du, wir machen es immer falsch. Egal, was wir tun. Nächstes Mal klauen wir. Und dann werden wir wieder... Was? Du hast meine Uhr geklaut. Wie kannst du es wagen? Du Schuftin. Schüftin. Wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, wir müssen jetzt in dieser Cabin gehen. Ähm, wir gucken einfach erstmal da rein, ob was da so läuft. Und hat er noch ein paar Dosen? Einfach mal reinlaufen. Der Gute... Ich weiß gar nicht, jetzt hat er seinen Namen gesagt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ein Radio. Geht ne... Geht ne... Geht natürlich nicht. Und ein schönes Bett. Armer Typ. Hat nichts getan. Also bis jetzt noch nicht. Ein Buschmesser. Nehmen wir uns doch einfach mal. Kann man doch immer mal gebrauchen. WM. Ah, ist vielleicht ein Erbstück oder so. Damit kann man auf jeden Fall... Kann man auf jeden Fall einen Walker killen. Leere Dosen. Siegt er ja nichts aus. Vielleicht in der Kiste. Jetzt kriegen wir das ja irgendwie mit dem Buschmesser auf. Mit ein bisschen Kugel smashen geht das schon. Weißt du, im Leben... Da braucht er keine Ruhe, Gewalt. Da könnt ihr einfach mit ein bisschen Kuh drücken... Hier die guten Drohnen öffnen. Aber er hat sogar ein bisschen was zu... Aber viel hatte der nicht. Ich hab voll viel Essen. Kommt mit mir in die... Kleine Hütte, wo ich euch dann erschießen kann oder was. Konserven aufheben. Wer ist das? Ah, der Elton. Ja, jetzt kommt er rein. Sei nicht so streng mit ihm. Eben. Pass mal lieber auf deine Becky auf. Da guckt grad keine. Eine Frau in unserer Gruppe. Die Lily, glaub ich. Darum geht's. Den sagt man. Was hätt' wir denn machen sollen? Oh, ein paar Pfirsiche, da wird das Herz auch warm. Vitamine für die gute Becca. Ha, so sehe ich doch nicht aus. Hey, Clem, there's not a lot of food here and Rebecca, well, she's eaten for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put back in the baby first. Die ganze Gruppe soll uns entscheiden. I know you're right. It's just so hard right now. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. Naja, dreht echt ein bisschen durch. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Ich höre das schon wieder, Walker. Ich höre Walker. Bevor die guten Walker kommen, die guten Lurker, wie sie die nennen. Die Gruppe nennt sie ja Lurker. Schleicher, Kriecher, wie auch immer. Ach, jetzt sind wir hier bei dem großen Haus angekommen. Naja, die Schwangere, die hat natürlich auch ein Problem, ne? Well, what are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for five days. My back is done being careful. Doesn't look like anybody's home. Ich weiß, die ist schwanger. Wir hätten da vielleicht sagen sollen, sie kriegt beide. Aber mal ganz ehrlich, muss ja irgendwie auch die Gruppe entscheiden. Wir sind ein kleines Kind. Warum müssen wir hier Entscheidungen immer treffen? Well, it'd be good to know, if anybody's actually back there. Could probably get a better view from up top. You'd have an easier time getting up there. You feel like taking a look? It'd be just like climbing a treehouse. Yeah, just a really tall treehouse. Ich hatte mal ein Baumhaus. Aber trotzdem hast du dich da versteckt und da hat Lee dich gefunden. Unser guter Lee. Unser guter Lee, Everett. Everett, wie auch immer. Leider ist das alles Vergangenheit. Ich würde so gerne am liebsten nochmal die erste Staffel durchspielen. Das kann man immer wieder machen, Kinder. Immer wieder. Wir müssen ja so viel machen als Kind. Das ist unglaublich. Oh, was auch so. Ganz ruhig. Du hast mir doch gesagt, nicht nach unten zu schauen. Du hast mir doch gesagt, nicht nach unten zu schauen. Good point. Das hat mir gerade gefallen. Damit hatten wir ihn, ne? Oh, ein Rabe. Können wir den essen? Der fliegt da gar nicht weg. Holy shit. Da haben wir einen Ausblick. Made it. Brücke. Brücke, Brücke. Die Brücke, oder? Und ein Auto. Ein Auto. Ein Auto, ein Auto, ein Auto. Könnte vielleicht Kava sein, dass der uns verfolgt. Er wäre weiß, ne? Das weiß man ja nie. Ich sehe nichts. Hallo? Ach, ich muss eigentlich, ich dachte, die läuft jetzt automatisch runter. Aber nö, wir müssen runterlaufen. Ist okay, wir machen das natürlich easy. Wer ist das denn jetzt? Wer ist das denn jetzt? Excuse me, honey, but do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man. You calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, whoa. Whoa. Oh, man, ey. Please just do what he says. Kenny, altes Haus. Holy shit. Holy shit. Wait, you know this guy? Clementine? Umarm Kenny, wir fallen in seine Arme. Kenny, ich hab dich so vermisst, Mann. Ich hab dich so vermisst, gutes Haus. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Ich nehme das als Ja. Diese Leute mit dir? Alter, Kenny, ich konnte dich, Alter. Ich konnte dich küssen, Mann. Unser bester Kenny. Das war unser guter Freund, bester Freund von Lee hier. Mann, wir haben Kenny wieder. Wir haben Kenny wieder. Ich klatsche halt einfach gerade mal in die Hände, weil ich mich so scheiße freue. Alter. Da kann man auch nicht mehr aufhören bei diesem Spiel. Kenny, Alter. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Wenn das jetzt Lilly gewesen wäre, dann wäre ich ausgerastet. Aber Kenny, Alter. Scheiße, was das? Kenny lebt. Wie hat er das damals geschafft? Die Geschichte möchte ich schon. Lieber Kenny. Nice. Sieht aber sehr saftig aus, das Ganze. Also, er hat sich aber einen ordentlichen Bart hier wachsen lassen, Kollege. Das ist eine kleine Korn, auch. Also, warum würden Sie uns zwei wieder fangen wir mal? Als ich angefangen habe, habe ich mit dem Essen? Bitte, mache Sie sich zu Hause. Du kannst du dir das alles weg. Du kannst du dich da hinten hin. Das kommt gleiche. Wir werden. Ja, ich bin aufgeliehen. Ich bin auf meinen Wettbewerb. Danke. Ihr seid unser Gast, hier. Es gibt keinen Wettbewerb. Ich sage ihn, dann auf seine Schreibe. Kenny? Du wirst du für diese Leute vorhanden, Klamp? Sie sind in Ordnung. Alles klar? Die Frage ist... Ist es jetzt schon Weihnachten? Dann können wir ja Beschere machen. Easy. Also, schön die Waffen niederlegen. Gut. Wenn Sie alle folgen, ich zeige Ihnen, wo Sie sleep können. Also, ich muss mich erst jetzt mal mit dir unterhalten. Guter Kenny. Das ist mal ne runde Tratsche, nicht? Krass, dass der noch lebt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir Lee hier gesehen hätten, aber das wäre nicht möglich gewesen. Du weißt am Ende gar nicht, was mit Lee passiert ist. this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Ja, man. Oh, shit. I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Lee hat mich gerettet. Oh, man. Das waren noch Zeiten, ne? In der ersten Staffel. Ich war bei Krista und Omid. Wenn du dich noch an die erinnerst. Ich war mit Krista und Omid. Omid? Well. Ja, der hat's erwischt. Oh, Mann. Ja, das war auch schlimm. Wer weiß, wo sie ist. Es klingt, wie es dir nicht einfach war. Ich bin sorry, darling. Ich wünsche, ich hätte dich schneller gefunden. Krista sagte, du wärst tot. Krista sagte mir, du wärst tot. Ich will jetzt wissen, was mit ihm passiert ist. Ich bin. Das ist alles ein Traum. Sorry, bad joke. For some reason, I tried to save that fucking shitbird bin. Then it turned into a damn cluster. Couldn't help the kid. But I got out. Long story short, I got lucky. Oh, ja, Alter. Ich dachte wirklich, dass er gestorben wäre. Wie bist du aus Svenna rausgekommen? Das ist die Frage hier. And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Na, ich, ich, ich... Ich freue mich echt, dass er wieder hier... Dass er hier eine Freundin gefunden hat, der Candy. Der hat's verdient, was der alles verloren hat. Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We've got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Alles klar. Clem, why don't you help Walt with dinner? Walt, Walt, Walt. Das ist der Walt. Okay, den Namen muss ich mir auch mal merken. Sarita, Walt, so, so. Willst du mich helfen, dass du gut genug bist? Ja, danke. Excellent. Willst du mir ein bisschen dinner vorbereiten? Wir sind alte Freunde von damals, ne? Guter Lee. Hm. Wie ist denn jetzt eigentlich dieser Matthew? Das sind Lehrer, ein ehemaliger, oder was? Es war nicht einfach. Hm, was kostet das schönes Bohnen? Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Sieht toll aus. Looks great. It looks like mush. No, it doesn't. Hm, hm, hm. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. Auch ein cooler Typ, der Walt. Hm. Striking resemblance. Das hatten wir auch schon mal gehört. Anyway, I'll take it from here. Alter, am Ende war der Typ Matthew. Und wir haben ihn erschossen. Scheiß die Wand an. Hm. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier einfach mal Schluss machen. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Part von The Walking Dead. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir Kenny wieder getroffen haben. Ciao, Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und dann dann mal schoss. Bei mir. party zusammen. Piece��. fsw. Vielen Dank.